so weiter geht's so das ist die lösung schaut euch an für all diejenigen die jetzt selber spielen wollen und genauso intelligent sind wie ich schaue euch das an geht hier runter hier hoch und dann ist das ganze ding dann auch gelöst gleich mal speichern geht das ganze direkt weiter so wie geht es weiter jetzt hier ist einfach raus nö ah ja ok naja ok ich denke auch nicht so schlecht aus mensch das gas sind wir schon gewohnt folgendes ich habe noch vergessen mit zum auch scheiße ok dann passt das i'll look around for a control panel to open it up oh breaker boxes ok dann haben wir das ja wieder strom super ok dann haben wir das ich sehe schon na dann keine falsche scheu was ist denn das für ein ding ach das ist so ein das hätte man fliegen können ok nicht jugendfrei ok warte mal jetzt nehme ich mal mit wir haben eh genug platz ich stehe noch mal drauf auf 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 Das war's für heute. Okay, ich hab's auch geklärt. Sehr gut, noch eine Granate. Wie hab ich denn eigentlich? 18 Stück. Hm. Ich darf mir irgendwas holen. Schau mal einfach mal. Ach, was ist denn? Quatsch. Laservisier brauch ich nicht. Dauerfeuer brauch ich auch nicht. Ich habe mich nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 ok ich würde sagen da steht einer da muss ich auf jeden fall lang so jetzt haben wir 20 jetzt können wir uns schon mal überlegen was wir uns holen wollen mehr sicher moment nicht da geht es nicht lang so ok was haben wir denn 20 ok holster auf hat gesagt nein aber naja komm scheiß drauf ok das normale schuss den erkennt ihr ja wenn ich jetzt drücke seht ihr hier oben die drei drei leuchten und das ist dann ein burst das heißt auf kurze distanz ja wenn man gerade keine schrubmunition hat ist es vielleicht ganz interessant aber ansonsten ist es jetzt nicht was man jetzt unbedingt irgendwas bräuchte ok ok alles klar also dann doch da lang ok 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 ja 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 aber der hat ja 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 die das ist ja nicht so gut Wie sieht die Polizei aus? Gucken, ob wir noch irgendwelche finden. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh, das war's so cool! Oh, wassache? Oh, wassache? Oh, wassache? Oh, war's war's! Oh, wassache! entweder ist der tod oder keine ahnung ja da war schon aufgesammelt passt gut da geht's ok warte mal da kann ich mich drauf schießen ok oder auch nicht ok schauen wir mal ganz kurz hier rum ob es hier irgendwas gibt was ich vielleicht eventuell mitnehmen könnte munition etc pp ist nichts hier ist auch nichts da ok was aber nicht schönes zum heilen bin ich voll komm mal her sind sie nicht süß ok also hier geht es schon mal nicht weiter ok ich hab's gefühlt was weiter geht ich bin nicht nur dumm ich bin auch blind gute kombo so ich habe gesehen hier geht es runter so ich weiß jetzt unten dass das die zum mich jetzt am start sind nein stopp warte aber jetzt zeig dir mal an wenn ich runter springe ok also den einen hat er etwas gebracht so zwei schuss habe ich noch das heißt ich wechsle jetzt auf jeden fall das andere knifft das andere knifft das andere knifft okay das geographieso lang kommt es gibt hier gibt es nichts davon ganz viel ja okay aber wir sagen es ist beim map ende irgendwie geht es nicht weiter ja da sieht man aus wie das map ende das haben wir anscheinend gerade übersprungen gab leider keine ladepause vielleicht mache ich das nochmal kurz damit wir gleich nächsten rein springen können im nächsten part weil sonst fange ich immer wieder von vorne an jetzt zum beispiel wo wir jetzt den part 3 geladen hatten ist mir das spiel abgestürzt komplett und ich konnte auch diesen spieler nicht wieder laden das heißt ich muss jetzt einfach direkt von dem map anfangen so ok gut brauchen wir erstmal nicht ich habe ja schon geklärt ich habe ja schon mal Okay, gut. Alex? Alex? Ah ja. Okay. I've been waiting for you, Alex Vance. Your journey brings you this far. Just a little farther, perhaps. I will help the Alex Vance. The Combine have other of my kin. The Alex Vance will free them. The Alex Vance must go this way anyway. You must go. Okay. Wir haben keine Waffen, nichts. Okay, wir müssen also da rein. Stabilization team holding position. Life is at 73. Audible 6. 15. Over 1. HPD is perimeter inbound. Stay alert. Ah, scheiße. Nein. Okay, das ist Port 5. Heißt klar, es gibt Self-Passagen. Also Abwechslung hat das Spiel. Kann man nicht sagen. Also, das Addon. Ah, das ist der Berhe Sache. Das ist vielleicht. Ja, das ist irgendwelchen Gerät. Dabei geht es. Och. Das ist wichtig. Pinarot gut auf sich. Das ist wichtig. самый Geh комментар а so. Und die Ellen muss etwas verhalten sein. Ich mache schon mal. Schöpfe Kürbisch, 3.7.2. Cool. Scheiße. Okay. Ich weiß auch, wie es funktioniert. Was ist das? Es war ein Radio. Natürlich war es ein Radio. Okay, aber man kann auch was lernen. Try and Error. Ich muss so reingehen hier. Aber gut, wir lassen uns noch einmal sterben. Und machen das nämlich so. Okay. Okay. Nein, easy going. Klappt es doch. Wollen wir mal gucken, ob die Tür irgendwie offen ist oder so. Aber alles schick. Alles gut. Hey, ich habe nicht gesagt, dass ich hier in dem Spiel gut bin. Pfff. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kiosk zu Hey Bruder, es wird schon. Na super. Okay. 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 Das ist natürlich jetzt die große Frage. Hm. Okay. Also. Jetzt machen wir so auf. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Scheiße. Ja, ist okay. Ich ergeb' nicht. Ich ergeb' nicht. Okay, eine Stealth-Einlage. Ja, so ist das nicht. Ich muss das nächste Mal speichern, ich glaube, oder so. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020